Was gestern passiert ist? Sterben, es ist zu kalt. Was? Leute, was ist das für heute in Daily Vlog? Es gibt einen neuen Video auf meinem Kanal. Yo, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute in Daily Vlog auf meinem Channel. Ja, es ist wieder 10 Uhr wie... Au, au, das hat ganz schön weh. Au, ja, es ist wieder 10 Uhr wie jeden Tag. Jeder Tag ist bei mir ziemlich besonders. Heute gibt es hier einen Daily Vlog, falls ihr euch wundert, wer ich bin und ihr mich noch nicht kennt. Ja, ich bin Henry, ich lade auf dem Kanal um jeden Tag, um jeden Tag, wollte ich gerade sagen. Jeden Tag um 10 Uhr ein Video hoch, ja. Also checkt meinen Kanal ab und abonniert ihn kostenlos. Und unbedingt auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Na klar. Ja, also unbedingt die Glocke aktivieren. Und Linda, was ist bei dir heute los? Was machst du hier? Ich sitze hier. Darf ich das nicht? Ja, doch, aber... Was soll das denn jetzt? Wieso sitzt du hier? Warum nicht? Einfach so? Darf ich das nicht? Ja, doch, ich will nur wissen, warum. Warum nicht? Oh Mann, ey, Linda. Auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht gerade schon wieder ein bisschen gesehen? Ja, es ist heute besonders aufgeräumt. Es hat einen bestimmten Grund. Ihr seht vielleicht... Oh Mann, ey. Oh. Was ist hier los? Ja, es ist sehr unaufgeräumt. Warum ist hier so unaufgeräumt? Was soll das? Was hat es da auf sich? Linda, hallo? Was machst du da? Hallo, ey. Wieso ist hier so unaufgeräumt? Hallo. Aha. Okay, gut. Also es ist ziemlich unaufgeräumt. Ihr werdet in den nächsten Tagen vielleicht erfahren, wieso. Es hat was auf jeden Fall mit diesem Raum hier hinten auf sich. Und ihr wisst ja alle nicht, was drin ist. Aber wir werden da auch heute nicht reingucken. Nein, tut mir leid. Vielleicht einen anderen Mal. Ihr wollt ja alle wissen, was da drin ist. Und niemand weiß es so richtig. Aber ihr wollt es unbedingt wissen, oder? Ihr könnt mal in diesem Video jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Was da drüben drin ist? Was glaubt ihr? Schreibt es doch unbedingt in die Kommentare. Ich will mal wissen, ob ihr es wisst oder ob ihr drauf kommt. Glaubst du, die kommen drauf? Gar keinen Fall. Niemals. Es ist so top secret und es ist so geil. Ja, es ist top secret. Leute, gefühlt euch. Ihr werdet es bald schon herausfinden. Mein Pool ist nämlich auch noch am Start. Und lebt noch, ja. Denn er war ja mal platt, das wisst ihr ja. Aber er ist noch gut am Start. Also, ich glaub, er ist auch noch heiß. Wir machen mal auf. Oh, Mann, es dampft schon richtig. Wow. Der Pool ist richtig heiß, Linda. Echt? Der ist komplett heiß. Wollen wir rein? 40 Grad, Alter. Oh, Leute, es dampft wirklich richtig. Ich hoffe, wir können das sehen. Übrigens, seit Tagen ist Staubi, Bro, hier. Und ist leer. Er fängt aber da zu piepen und macht gar nichts mehr. Weil er aus... Nee, er ist voll. So, genau. Wollte ich jetzt sagen. Er ist voll. Und muss ausgelärt werden. Ich hab keine Lust, das zu machen. Ich hab wirklich gar keinen Bock drauf. Ich hab grad fast vergessen. Sorry, Palme, Bro. Ich hab's fast vergessen. Aber es gibt wieder deinen täglichen Kurs. Ich hab's fast vergessen. Ich hab's fast vergessen. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir müssen endlich mal diese ecklingelben Blätter aussehnen. Hör bloß auf. Ey, nein, okay. Was willst du da grad machen? Was machst du da? Weiß ich nicht. Ich wollte doch schon immer mal reingucken. Ich guck da aber nie rein. Was? Ja, auf jeden Fall hab ich auch meine Daily Chain mit am Start. Sie ist heute wieder am Glänzen. Wie jeden Tag. Wir machen heute ein besonderes Video. Linda, du weißt schon vielleicht so ein bisschen, worum es geht. Ich werd's dir nachher nochmal genau erklären. Ich denke mal, es wird heute sehr witzig. Und die Zuschauer werden es ganz schön feiern. Weil du bist auf jeden Fall dabei. Und auch eine Person. Weil wir brauchen heute ein bisschen Hilfe. Ja, es wird heute ganz schön, ganz schön wild. Ich würd sagen, ihr entspannt euch erstmal. Nehmt euch jetzt was zu essen. Setzt euch vielleicht, oder bleibt einfach im Bett liegen. Falls ihr jetzt grad im Bett liegt mit eurem Handy oder so. Ich glaub, das wird so sein, oder? Ja, bestimmt. Und guckt euch das Video heute an. Und bleibt bis zum Ende auf jeden Fall dran. Denn ihr werdet sehen, wieso. So, es ist heute ganz schön wild. Also, ja, verspreche mir, dass ihr bis zum Ende dranbleibt. Aber was labere ich hier überhaupt? Das interessiert euch doch gar nicht, oder? Was soll denn das jetzt? Ja, wir fangen einfach an mit dem Video, Leute. Ich glaube, es wird heute ziemlich wild. Deswegen würd ich sagen, let's go. So, ich hab jetzt schon zwei Gäste. Und zwar einmal, äh, ja gut, Linda, du warst vorhin schon da. Top, ähm, ja. Wollte ich nicht erklären. Aber, wer ruft mich jetzt an? Oh, Mann. So, Telefonat endlich beendet. Und zwar drehen wir heute ein geisteskrankes Video. Dafür hab ich, wie gesagt, schon beide Gäste hier. Also, okay, eigentlich ist nur sie da Gast und du wohnst hier eigentlich genauso wie ich. Ja, das war einfach ein bisschen idiotisch. Aber, ich habe gesehen, Finja hat einfach Linda dieses Bild hier geschickt. Geschickt, wollte ich grad sagen. Geschenkt. Guckt euch das mal an. Man sieht perfekt, dass das Linda ist. Hast du noch das Originalbild dazu? Warte, Leute, dann blende ich euch das einmal hier ein. Das sieht einfach exakt aus wie das hier. Es ist exakt das. Du kannst ganz schön gut malen, weißt du das? Der ganze Mal kam als Frage, ich hoffe, dir gefällt's. Oh, Mann. Ich will auch so ein Bild haben, bitte. Keine Auftragsarbeiten. Oh, Mann. Aber, wir drehen heute, wie gesagt, ein geiles Video. Und zwar ein, wir wollten anfangs ein Wahrheit über Pflicht spielen, aber wir dachten uns dann irgendwann mittlerweile so, ja, ey, das ist ein bisschen langweilig, weil Pflicht ist ein bisschen, naja, nicht cool. Deswegen spielen wir heute Pflicht oder Pflicht. Und das ist doch mal geil, oder? Also, ihr habt eben alle Bock, oder? Auf jeden Fall. Gut, also, du hast sowieso nur einen Job. Du liest gleich die Fragen vor für uns, weil wir machen die Pflichtaufgaben. Und zwar, das bedeutet wirklich alle Pflichtaufgaben machen. Wenn du jetzt was vorliest und du willst es eigentlich nicht machen, musst du es trotzdem machen. Ich weiß. Ich denke, das ist klar, oder? Ja. Und du hast dir ein paar gute Sachen überlegt? Auf jeden Fall. Gut, also, ich würde sagen, du bist ready, dann setze ich dich gerne mal hin. Und wir spielen jetzt Pflicht oder Pflicht. Machen einfach alles, was du dir da aufgeschrieben hast, was wir gleich machen sollen. Und bitte nicht übertreiben, ja? Also, wirklich, wir sind hier noch kinderfreundlich und alles bleibt im Rahmen, ja? Oh, Mann, okay, ich würde sagen, wir legen los und fangen an mit dem Video. So, Linda, wir spielen jetzt Schildscheinpapier, wer als erstes anfängt, ja? Okay. Also, ich würde sagen, der Verlierer muss als erstes anfangen. Geht das auch für dich, klar? Auf jeden Fall. Okay, gut, dann Schildscheinpapier, let's go. Und? Ja, ich habe dich besiegt. Also, sie muss als erstes eine Aufgabe machen. Überlegt das gut, bitte, die schlimmen Aufgaben nur an sie, ja? Ich will keine schlimmen Sachen machen, aber... Das weiß ich auch. Ja, oder so. Nein, okay, gut. Ich würde sagen, du fängst einfach an und erzählst direkt mal die erste Aufgabe. Also, ich habe mir mal was überlegt, was mit Essen zu tun hat. Einfach, weil ich voll der Fan bin. Essen? Aber es wird richtig eklig. Nein. Oh, Mann, das finde ich schon mal gut. Ja, erzähl weiter. Du darfst einen Löffel Mehl essen. Oh, das ist so eklig. Das ist echt eklig, weil ich bin glücklich, dass du es nicht mir gesagt hast, weil ich habe das schon aufgenommen. Deine Betonung liegt ja auch, du darfst. Ja, stimmt. Danke, dass ich das mal habe. Oh, Mann, okay, ja, tut mir leid, Linda. Aber du kannst einen Mehlöffel essen. Ich mache den direkt mal zurecht. Komm mal her, komm mal her. Und zwar, wir nehmen uns mal, warte, einen großen oder einen kleinen? Groß, wenn schon, denn schon. Ja, okay, wenn schon groß. Also, wir nehmen uns hier einmal einen Löffel und dann einmal das Mehl und dann viel Spaß. Und bitte schön voll. Genau, ja, richtig schön, richtig schön voll, genau. Und jetzt darfst du den einmal aber nicht mehr spülen. Hier, hier drüber. Ich habe gar keinen Bock. Glaube ich, aber ich würde sagen, du bist ready. Du gibst den Startpfiff. Drei, zwei, eins. Go. Und was machst du da? Du musst nur das schlucken. Du musst nur das schlucken. Was machst du da? Ist das eklig? Oh, mein Gott, der Mund klebt. Wer macht die ganze Sauer? Reicht sauber? Du gehst an. Es sieht so eklig aus. Oh, mein Gott, ich muss wirklich, dass ich es nicht machen musste. Gute Aufgabe, Schimmer für Linda. Und ich hoffe, meint es nicht so schlimm, aber... Schlimmer. Schlimmer? Na, das hört sich nicht gut an. Was? Ich sage, schlimmer geht immer. Och, Mann. Okay, gut, Linda, alles klar? Nicht? Video war noch nicht so gute Idee, ne? So, Linda, ich hoffe, es geht jetzt besser. Es war jetzt nicht, ne? Ich habe gerade Zähne geputzt. Es klebt immer noch richtig viel oben am Gaumen, aber ich kriege es nicht weg. Es ist so ekelhaft. Vor allem der Löffel war auch richtig, richtig voll. Gut, dass du ihr das gesagt hast. Ey, das war so, so übermenschlich voll. Nicht, weil ich habe die so voll genommen, aber du hast auch die Hälfte auf den Boden geschmuckt. Naja, gut, ich bin jetzt dran. Ich muss jetzt eine Pflichtaufgabe nehmen. Bräuchst du ein bisschen, dass ich nicht Wahrheit oder Pflicht gespielt habe, sondern direkt Pflicht oder Pflicht. Aber wir machen das jetzt, deshalb, Finja, sag mal einmal, was ich machen darf. So, jetzt wird es auf jeden Fall richtig heiß. Du darfst drei Sachen ausziehen. Drei Sachen ausziehen? Was? Aller guten Dinge sind drei. Was? Drei Sachen? Hey, das ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Zieh dich auf. Äh, was? Ey, ich will mich jetzt nicht ausziehen. Musst du aber, ich musst du das auch machen. Ich habe ein Loch in der Boxershot hinten. Mir egal, zieh dich jetzt aus. Oh Mann, ja, okay, gut, dann mache ich das. Das Gute ist, dass ich Badenlatsch an habe, oder Schlappen, besser gesagt, deswegen, ich ziehe einmal die Schlappen. Oh, Schatzi. Huch, einmal die Schlappen aus. Dann, als nächstes, meine Socken. Ich hasse es, barfuß zu sein. Auch wenn ich mit dem Fußbodenheizung habe, ich hasse es. Ich hasse Füße. Du hasst Füße? Ja. Oh Mann, okay, gut, und das Nächste. Entweder Shirt oder Hose. Weil Shirt ist, dass mir dann mega kalt ist, und Hose ist, dass ich hinten ein Loch in der Boxershot habe. Deswegen darf man nämlich einfach knickseln. Hose? Hose. Gar keine Lust. Okay, wir beeilen uns einfach. Oh mein Gott. Nein, das will ich zeigen. Doch. Ich habe ein perfektes Loch hinten. Ganz kurz, ja. Okay, gut, gehen wir mit sofort die Kamera her. Gut, ich habe drei Sachen ausgezogen. Ich würde sagen, ist das okay. Ist nicht so schlimm, wie ich dachte. So lücke hatte ich meine Schuhe an, weil sonst hätte ich nochmal T-Shirt ausziehen müssen. Und dann hätten wahrscheinlich mal die Nachbarn sich gedacht, so, ey, was machen die da zu dritt? Zwei Mädchen, ein Typ und eine Kamera. Na gut, ich würde sagen... Und auch in der Hose. Und vor allem hinten. Oh Mann, okay. Gut, jetzt ist Linda wieder dran. So, gut, dann erzähl mal, was Linda jetzt machen darf. Es geht auf jeden Fall noch heißer weiter, denn wir sind ein schöner Linda jetzt. Du darfst ihr was ins Gesicht zahlen. Oh, das findest du geil, ne? Also was ist geil, aber das können wir jetzt machen. Ich brauche keine Lust drauf. Dann hol mal bitte irgendwas zum Malen und dann mal ich dir schön irgendwas ins Gesicht. Das habe ich Bock drauf. Mal das mit so einem Franzosenbart, so ein richtiges Gesicht. Das mache ich wirklich, ich mal dir ein Bart. Und, ich glaube, eine Augenklappe oder sowas. Ich male einfach alles rein, was geht und vielleicht ein männliches Geschlechtsteil. Was hältst du davon? Was? Ich würde sagen, wir legen einfach los. So Linda, ich würde sagen, ich male jetzt einfach mal ganz fies was ins Gesicht. Ich habe dafür hier... Warte, achso. Nein. Hä? Das ist ein Anspitze. Achso. Wir malen erstmal, mal mit Bart. So, und dann malen wir dir hier so einen richtig schönen Bart. So. Sei leise. Also... Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe. Oh Mann, es sieht ganz schlimm aus. So. Ja, finde ich. Oh Mann. Oh Mann, Linda. Aber ich würde sagen, wir malen eine Sache noch. Irgendwas muss noch. Wir können hier vielleicht auch so einen richtig geilen Kittenbart malen. Das ist jetzt eine gute Idee. Also bleib mal bitte ruhig. Oh Mann. Okay, gut, ich würde sagen, es ist perfekt, Linda, du siehst gut aus. Du kannst dir später im Spiegel dann angucken. Kann ich mich nicht jetzt angucken? Nein, wie spielt es weiter? Jetzt gibt es die nächste Aufgabe oder nicht? Vor allem Mist, für mich. Ich dachte, es gibt die nächste Aufgabe, aber ich hoffe, du hast dir was richtig Gutes zu überlegen, mir was richtig Ekliges zu überlegen. Oh Mann. Ja gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt bin ich dran. Gut, dann erzähl mal, was ich machen darf. Ja, perfekt. Zu Corona-Zeiten dachte ich mir, sowas mit Hygiene ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, okay. Und was? Hand fünf Sekunden ins Klo reisen. Was? Ich soll meine Hand fünf Sekunden ins Klo halten? Was hat das mit Hygiene zu tun? Das ist doch voll eklig. Gerade das ist der Witz da dran. Nicht euer Ernst, oder? Mann, ja, okay. Oh Mann. Ich weiß nicht, was da noch für Reste drin sind. Auf jeden Fall seht ihr, wie eklig das da drin aussieht. Bitte nochmal spülen. Dankeschön. So, okay. Vor allem, sie fragt gerade, nimmt das auch schon? Nimmt das auch schon? Ja. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Will ich nicht? Ich habe keine Lust. Aber okay, drei Sekunden, ja? Fünf. 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 Mach die andere Hand. Da ist ein Armband dran. Okay. Oh mein Gott. Go. Eins. Drei. 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 Vier. Fünf. Das ist eklig. Ihhh. 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 Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben. Man hat ein Klo gehalten und das auch für ein Video. Oh mein Gott, die Linse ist auch ein bisschen nass. Das war so eklig. Oh, Schatz, du bist so eklig. Oh. Der ganze Spiegel ist jetzt nass. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Was? Der ganze Spiegel hier nass gemacht. Danke, ich habe es ins Gesicht bekommen. Ehrlich? Danke. Oh, äh. Ja, eklig. Klo bitte einmal zumachen. Richtig eklig. Gut, Linda, du kannst jetzt bitte mal das nächste machen. Ich habe gar keine Lust mehr. Okay, jetzt geht es zur nächsten Aufgabe, Linda. Du bist jetzt wieder dran. Ich hoffe, du siehst so kacke aus. Du hast für die nächste Aufgabe. Tja. Ich dachte mir so, okay. Fünf ist die magische Zahl. Okay. Von heute. Ja. Deswegen darf Linda sich jetzt mal für den Fahrer rausreißen. Für den Fahrer rausreißen. Oh Mann. Habe ich nicht schon genug gelitten. Oh Mann. Und ihr habt euch nicht wundert, falls diese Aufgabe oder ein paar von den Aufgaben vielleicht aus anderen YouTuber Videos sind, dann würde euch nicht. Ich habe mir extra den Auftrag gegeben, sich YouTube Videos angucken. Pflicht oder Wahrheit oder Pflicht oder Pflicht oder Pflicht oder Wahrheit oder Wahrheit. Ich will sich angucken, was die Leute da so machen. Ich glaube, sie auch witzige Sachen machen, die es andere auch machen. Und deshalb, ja gut, bist du ready? Fünf Haare rausreißen. Und ich möchte sie mit dir auf dem Tisch liegen sehen. Ich fühle richtig mit dir. Aua, okay. Ein Haar haben wir schon. Zwei. Ich hoffe, ihr könnt die Haare überhaupt sehen auf der Kamera. Aua, hast du? Ja. Oh Mann. Und hier haben wir auch noch eins. Aaaaaah. Ich habe dir geholfen. Und jetzt haben wir fünf Haare hier rumliegen. Richtiger Bischel. Bist du ja zufrieden? Reicht das? Ist okay, ja? Ja, kommen wir. Ah ja. Aua, okay, gut. Dann bitte einmal vorlesen, was ich machen darf. Du darfst passen zum tollen Wetter. Warte, warte. Wie passen? Heute ist nicht gutes Wetter. Gerade deswegen. Du darfst in kompletter Montur, in vollen Klamotten, Betonung liegt auf volle Klamotten, also gleich wieder anziehen, bitte. Oh, ja. Du darfst in den Pool steigen. Was? Mit kompletten Klamotten im Pool? Ja. Das heißt, ich muss jetzt wieder anziehen. Du bist so ein Opfer. Das ist so übertrieben. Karma. Das ist Karma. Ich könnte heulen. Oh, Leute, ich könnte richtig heulen. Ja, gut, ich ziehe mich kurz an und dann heißt es in den Pool gehen. Gut, für mich heißt es jetzt reingehen in den Pool. Danke nochmal, Finja, an dich. Du tust mir leid. Guck mal, wie du aussiehst. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach in die Kneife gar nicht erst. Drei, zwei, eins und... Ich würde sagen, dass du mitgemacht hast bei dem Video heute. Es war sehr lustig und du siehst immer noch so kacke aus. Ich bin ein Arsch. Oh, Mann. Wie immer. Und danke, dass du mitgeholfen hast, die Fragen vorzulesen. Wir sehen uns wie jeden Tag um 10 Uhr morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start und dann sehen wir uns. Bis dann. Haut rein, Leute. Pien. Ach ja, ich muss auf die Kamera holen. Ach ja, ich muss auf die Kamera holen.